Also ich kann dir eins sagen, das wäre früher nie passiert. Hör dir das Lied mal genau an. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Haben die Eltern noch nicht mal ne Taschenlampe für das Kind? Hier unten, da leuchten wir. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Da musst du dir mal vorstellen, da geht das Licht aus, da muss das Kind alleine nach Hausen. Wenn das der Kinderschutzbund gehört, das gibt Probleme. Ich kann das nicht mehr hören, wie Kinder hier missbraucht werden. Du, ich wünsche dir einen schönen Martinstag. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Ah, du bist doch ein armes Kind. Aber wenn du an die Tür kommst, vermisch grüßt du was.